Hallo und herzlich willkommen, es ist die zweite Folge vom Literatur-Podcast und heute geht es um Echilos, Eichilos, seine Tragödie, die da heißt Der gefesselte Prometheus. Gucken wir mal, was da so abging. Ähm, dann bis gleich. Ach ja, letztes Mal ging es um Frankenstein. Es wird mir... Und wer da Interesse hat, sich das mal anzuhören, der kann sich in voller Breite die erste Folge des Literatur-Podcasts geben. Alles klar, dann geht es jetzt los. Go, go! Zunächst einmal ein paar biografische Eckdaten. Echilos wurde 525 vor Christus geboren und er war einer der drei großen Tragödiendichter neben Sophocles und Euripides. Er war ein echter Athener und Zeitgenosse Platons, aber er war auch ein echter Krieger und hat im Marathon und im zweiten Perser-Krieg gekämpft. 456 vor Christus starb er und die Sage erzählt, ein Adler habe ihm eine Schildkröte auf den Kopf fallen lassen. In jungen Jahren hat Echilos selbst Tyrannenherrschaft erfahren, denn 510 vor Christus, als er gerade 15 Jahre jung war, wurde sie in Athen abgeschafft. Diese Erfahrung hat er in die Tragödie verwurstet, um die es heute geht. Dann möchte ich noch ein bisschen Kontext nachschieben, was für ein Setting die Tragödie überhaupt spielt. Der Prometheus-Mythos ist nichts, was Echilos sich ausgedacht hat. Und der Mythos geht wie folgt. Prometheus gab den Menschen, der Gott Prometheus, gab den Menschen das Feuer und die Vernunft, was aus seiner Sicht eine Wohltat für die bis dahin vielschlebende Menschen war. Zeus, der jedoch der Obermacker war, hatte andere Pläne mit den Menschen, wollte nicht, dass sie mit Vernunft leben und straft Prometheus für sein Handeln. Ein Gott wie Prometheus kann man vielleicht nicht töten, aber Zeus will ihn an den Kaukasus ketten. Prometheus, der bedrängt ist, der bedroht wird, behauptet nun, die Umstände zu kennen, die dazu führen, dass Zeus seiner Herrschaft verlustigt. Zeus schickt nun seine Gefolgsleute und versucht durch Schmeicheleien und Gewaltandrohungen, Prometheus sein Geheimnis zu entlocken. Prometheus seinerseits hart lieber und wartet, bis die Dinge ihren Lauf genommen haben und Zeus gestürzt wurde. Außerdem spielt die Tragödie in einer Zeit, in der zwei Göttersippen gegeneinander kämpfen. Es findet ein Kampf der Götter statt. Der Konflikt zwischen Prometheus und Zeus ist auch ein Teil dieses übergeordneten Kampfes zwischen alten Göttern und neuen Göttern, wobei die Neuen, die Jungeren, die Olympischen Götter gewonnen haben. Zeus hat nämlich seinen Vater Kronos vom Thron gestürzt, die alten Götter entsorgt, entmachtet und ersetzt, neue eingesetzt und Zeus konsolidiert nun seine Machtstellung mit massivster Gewalt. Kommen wir zum Inhalt und dabei habe ich bestimmt das eine oder andere ausgelassen, was ich jetzt nicht für so wesentlich gehalten habe. Der Knecht des Zeus obmacht, eröffnet die Szene, wir werden direkt in Medias Res in die Handlung geworfen und der Knecht sagt und meint damit Prometheus, auf das er achten lerne, Zeus Zwingherrentum und sich entschlage seiner Menschenfreundlichkeit. Wir verstehen sofort, Zeus ist kein Kind von Traurigkeit und wir ahnen, Zeus wird Prometheus drakonisch bestrafen. Der Knecht hat noch einen auf der Pfanne und meint, denn frei ist keiner außer Zeus. Der Knecht scheint Oberwasser zu haben und unter der neuen Herrschaft von Zeus trifft das auch zu, denn Knechte, die immer schon Knechte waren, sind auf einmal mit Göttern auf Augenhöhe, denn Götter und Knechte sind gleichermaßen Knechte und damit auf Augenhöhe. Das wird auch daran deutlich, wie Obmacht mit dem Gott Hephaistios umgeht, mit dem er die Szene einleitet. Hephaistios hat die Fesseln hergestellt und soll sie Prometheus nun anlegen. Hephaistios hadert, weil immerhin ist Prometheus ein Verwandter, ein Gott und Obmacht tadelt ihn wie ein Hund und dabei wird nochmal deutlich, wie tief Hephaistios gesunken ist. Immerhin ist er der Gott des Feuers und der Schmiedekunst und der Sohn des Zeus und trotzdem kann Obmacht so mit ihm reden. Diese unterwürfige Haltung des Hephaistios tadelt Prometheus auch in den ersten Szenen. Dann betritt Okeanos die Szene. Okeanos ist ein alter Gott, der sich nun mit den neuen olympischen Göttern arrangiert hat. Die haben ihn entmachtet und er ist nun offensichtlich so etwas wie ein Dienstbote des Zeus. Er fordert von Prometheus ein neues Wesen anzunehmen. Das zeigt schon die opportunistische Art des Karrieristen Okeanos, denn der hatte damit offensichtlich keine Probleme. Und Okeanos Unverständnis für Prometheus Sturheit rührt daher, dass er sich niemals für so etwas wie Ideale einer Gefahr aussetzen würde. Okeanos hat sich wie Hephaistios zu einem Werkzeug degradieren lassen und bietet Prometheus im Auftrage des Zeus einen Deal an. Der Deal sieht wie folgt aus. Prometheus soll sein Geheimnis mitteilen und sagen, wie Zeus gestürzt wird und dafür soll er die Freiheit erhalten. Okeanos kann so einen Deal nur anbieten, weil er dem Irrglauben anhängt, dass Prometheus qua Fesselung unfrei ist. Und das Gegenteil ist der Fall. Ginge Prometheus auf den Deal ein, würde er seine Freiheit aufgeben. Denn er ist qua Gesinnung frei und nicht unfrei, weil er gefesselt ist. Und der unfreie Okeanos kann Prometheus natürlich nur eine Unfreiheit anbieten. Würde er auf den Deal eingehen, wäre Prometheus zwar nicht gefesselt, aber er wird dennoch Gefangener des Zeus, einer Art Geisel. Prometheus lehnt den Deal natürlich ab und Okeanos geht und teilt Zeus das mit. Dann kommt Io zu Prometheus. Sie ist keine Dienstbotin des Zeus, aber eine ehemalige Geliebte. Und Geliebte ist da schon euphemistisch. Sie wurde bedrängt von Zeus. Hatte dann auch was mit ihm? Oder er hatte was mit ihr? Zeus' Frau Hera hat Io deswegen aus Rache mit dem Wahnsinn geschlagen. Eine Vespa hat sie gestochen und sie irrt nun wie eine Wahnsinnige durch die Welt. Ist unruhig, rastlos. Und sie möchte von Prometheus, da er als Seher gilt, wissen, wie lange sie noch so zu leiden hat. Prometheus teilt ihr das mit, dass ihr Leiden noch Ewigkeiten geht und dann noch zwei Ewigkeiten. Daraufhin wird sie wieder vom Wahnsinn geschlagen und haut ab. Dann kommt der Gott Hermes. Er ist wieder ein Dienstbote des Zeus. Er verkündet Zeus' Entscheidung, dass er Prometheus' Strafe verschärfen möchte. Er kündigt ihm massives Leid an und Hermes reiht sich als weiteres Werkzeug in den Reigen der Willigen ein und versucht noch einmal Prometheus, sein Geheimnis zu entlocken. Prometheus sagt Nein Danke und wird mit dem Chor vom Boden verschluckt. Was noch nennenswert ist, ist, dass der Chor eine Institution in der griechischen Tradition der Tragödie ist, die das Geschehen kommentiert. Und der Chor soll oft das gemeine Volk sein. Und anfangs hielt der Chor Prometheus' Tat zwar für falsch, aber sie empfanden die Strafe des Zeus als viel zu hart. Ius' Schicksal hat dem Chor klargemacht, wer mit Zeus zu tun hat, der kann eigentlich nur verlieren. Der wird drakonisch bestraft oder fallen gelassen und deswegen geht der Chor an Prometheus' Seite zugrunde. Kommen wir zur Interpretation und kommen wir zunächst einmal zu Zeus. Wir merken, er tritt selbst nicht auf, sondern entsendet seine Erfüllungsgehilfe, was natürlich eine phänomenal große Respektlosigkeit ist. Er hat sich dafür Dienstboten zu Knechten gemacht und wird natürlich auch als rücksichtsloser Tyrann dargestellt. Die Tragödie hat natürlich eine politische Sphäre und ist dort eine Vorlage, wo ein politisches System willkürlich agiert und ein übermächtiger Unrechtsstaat foltert, mordet und Märtyrer produziert. Echilos beschreibt ein Regime, das sich nach der Machtübernahme noch konsolidiert. Dort werden dann Posten neu vergeben, Lacköre installiert und unliebsame Akteure entsorgt. Man denke hier an den Nationalsozialismus, die Novemberrevolution 1914 in Russland, Revoluzierungen um Kuba und generell in Südamerika, die massiven Umwälzungen zur Zeit der Französischen Revolution. Überall gab es in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels Gewaltherrschaft, Willkür, Umwälzungen. Hier hat Echilos eine universelle Schablone herausgearbeitet, die menschliche Gesellschaften bis heute prägt. Zwischendurch noch eher eine Kleinigkeit. Echilos schuf auch ein anderes Universalismus-Motiv, das wir bis heute in vielen Filmen sehen. Jeder kennt die Szene, der Held ist gefesselt und ist dem übermächtigen Feind ausgeliefert. Der Bösewicht braucht seinerseits noch eine Information von unserem Helden. Der Gute wird gefoltert, kommt dann frei oder wird stirbt oder irgendwas passiert. Das sind natürlich Sachen, die man aus James Bond und Gladiator, aus jedem Actionfilm, der ein bisschen kerniger ist, kennen wir dieses Motiv, was natürlich auch durch und durch universell ist und ja, viele Jahrtausende alt schon. Die antike griechische Gesellschaft hat einen Wandel durchgemacht. Und zwar griffen Götter zur Zeit des Homer willkürlich und machtvoll ins Geschehen ein. Aber niemand sah das wirklich als strukturelles Problem, sondern nach dem Motto Gottes, also beziehungsweise Zeus Wege sind unergründlich. Nach diesem Motto wurde das Handeln dann legitimiert. Das heißt aber auch, dass zu Homers Zeiten Götter durch ihr Gottsein gerecht waren. Nach und nach im Rahmen dieses gesellschaftlichen Wandels wurden all diese Mythen entzaubert. Und wird der gesellschaftliche Aufbau in Frage gestellt, macht das nicht Halt bei der Religion, da Gott zu den Menschen ebenso in einem Herrschaftsverhältnis steht, wie der König seinerseits zum Volk. Religion ist nämlich auch ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse. Zum Beispiel stellen wir uns unseren christlichen Gott heute als menschenfreundlichen Demokraten vor. Menschen des Mittelalters hatten natürlich ein ganz anderes Gottesbild. Das damalige Weltbild war, dass die Staatsverfassung mit der Verfassung des Individuums übereinstürmen muss. Diese Vorstellung einer Synchronisierung aller Bürger hat natürlich ein totalitäres Element. Denn damit diese Synchronisation möglich ist, muss jeder den Zweck erfüllen, der für ihn definiert wird. Das Volk wurde immer als Spiegel des Herrschers gesehen. War der Herrscher gut, war das Volk gut. War der Herrscher schlecht, wenn es Gewaltherrschaft, Korruption gab, dann war das Volk auch schlecht. Das Problem ist bei dieser Vorstellung, dass ein Tyrann sagen kann, der und der Mensch passt mir nicht. Und er ist dann nicht bloß oppositioneller, sondern er stellt den gesamten Staat in Frage, weil seine innere Verfassung nicht mit der des Tyrannen übereinstimmt. Und die Frage nach dem Umgang, was macht man mit Non-Konformisten, genau diese Frage, verhandelt Eschelus in dieser Tragödie. Kurz gesagt, die Götter und die Könige wurden entzaubert und beide sind nicht mehr gut, nur weil sie Götter oder Könige sind und ihre Handlungen sind auch nicht gut, nur weil es königliche oder göttliche Handlungen sind. Autoritäten der Götter und Könige haben eine Lücke hinterlassen, welche nun durch so etwas wie Metaphysik gefüllt werden muss. Metaphysische Kategorien sind Maß für Götter und Menschen gleichermaßen. Zeus soll sich daran halten, aber der Mensch muss sich auch daran halten. Dieser relativ neue Anspruch, den man nun an Götter und Könige hat, sieht man auch an einer Aussprache des Probeenteus. Er sagt, die harte Strafe sei eine Schau nicht zum Ruhm des Zeus. Das heißt, Zeus ist nicht ruhmreich, weil er der Gott Zeus ist, sondern Zeus wäre ruhmreich, wenn er Ruhmreiches tun würde. Das heißt, es werden neue Begriffe und neue Kategorien eingeführt. Auch der Chor sagt, eisernen Herzens, wahrlich und aus Stein gehauen muss jeder sein, Prometheus, der mit deiner Pein sich nicht empört. Das heißt, der Chor hat eine gewisse Erwartung, wie Zeus zu sein hat und dieses Maß der Warmherzigkeit, das unterschreitet Zeus mit seiner Grausamkeit Probeenteus gegenüber. Außerdem ist Freiheit hier ein ganz großer Begriff und nach dem guten alten Platon war Gerechtigkeit viel wichtiger als Freiheit, denn er sah die Freiheit als Einfalltor für Unordnung und sittlichen Verfall. Jede Schandtat nennt der Demokrat Freiheit. Das heißt, Platon hielt nichts von der Freiheit, sondern er hielt was davon, dass ein jeder in der Gesellschaft seine Aufgabe zu erfüllen hat. Und was das ist, das hat der weise König zu bestimmen. Und das zeigt, Zeus ist offensichtlich Platoniker, denn technokratisch bestimmt er, dass der und der Gott, der Gott des Wassers war oder irgendwelcher See, dass der jetzt mal ein Dienstbote ist. Das macht er mit Okeanos so, das macht er aber auch mit Hermes so und mit Hephaistios, dass jeder einen gewissen Zweck erfüllen muss. Und wer das nicht tut, dessen innere Verfassung stimmt nicht mit der des Zeus überein und der muss dann entsorgt werden, so wie Prometheus entsorgt werden muss. Dass Zeus-System irgendwie verrottet ist, das zeigt, dass er so faule Deals über Okeanos anbietet. Das zeigt, das ist ja eigentlich Korruption. Und das zeigt dann auch, dass Zeus auch korrupt ist. Wenn sein Volk korrupt ist, dann ist er auch korrupt, weil das kommt ja von ihm. Aber die Tragödie jedoch legt nahe, dass Freiheit eine Bedingung für sittliches Handeln ist. Und hier treffen wirklich zwei Freiheitsbegriffe aufeinander. Der Freiheitsbegriff des Prometheus und der des Zeus. Prometheus-Freiheitsbegriff sieht so aus, dass man als Wald- und Wiesennormalbürger denken könnte, dass einem die Freiheit genommen wird, wenn man gefangen ist. Und natürlich ist Gefangenschaft auch eine Freiheitsberaubung. Aber die Freiheit im Sinne Prometheus kann einem nicht genommen werden. Prometheus legt nämlich da, dass Freiheit im Wesentlichen eine innere Haltung ist und nicht davon abhängt, ob man gefesselt ist. Der Nachteil ist, zu dieser Freiheit muss man sich aktiv entscheiden. Sie fällt einem nicht einfach zu. Man erhält sie auch nicht durch passives Tun. Zu Unfreiheit hingegen kann man sich entscheiden. Oder man wird unfrei, ohne es zu bemerken. Denn Hephaistios, Okeanos und Hermes wirken zwar nicht so, als würden sie von ihrer eigenen Unfreiheit wissen, aber es ist nicht auszuschließen, dass sie bewusst ihre Freiheit Zeus übergaben, damit er ihr Leben schont. Die drei sind belegt dafür, dass es kein richtiges Leben im Falschen, beziehungsweise Freiheit in der Unfreiheit. Denn selbst Okeanos denkt wahrscheinlich wirklich, dass er Prometheus befreien kann. Aber dass diese Befreiung nur Schein wäre, das sieht er nicht. Zeus' Freiheitsbegriff sieht so aus. Der Knecht Obmacht beschreibt ihn anfangs mit dem Satz, Niemand ist frei außer Zeus. Daraus ergibt sich, Zeus ist unfrei, wenn andere frei sind, und er ist erst frei, wenn andere unfrei sind. Der Konflikt kommt zustande, weil Zeus Allmachtsansprüche hat. Denn wo Freiheit ist, da wird Zeus in Frage gestellt. Zeus erhebt Anspruch auf etwas, worauf er keinen direkten Zugriff hat, nämlich auf die Überzeugung von Prometheus. Und Zeus versucht mit aller Gewalt in die Sphäre der inneren Haltung des Prometheus einzudringen. Prometheus jedoch belegt im Laufe der Handlung, dass er frei ist, egal was Zeus ihm antut. Und solange Prometheus frei ist, ist Zeus unfrei. Zeus will diese Lektion allerdings nicht annehmen und vertuscht seine Ohnmacht mit absurd grausamer Gewalt und hofft somit Prometheus' Überzeugung aus ihm heraus zu matern. Das entlarvt Zeus endgültig als getrieben in seiner Eitelkeit. Und wer getrieben ist, der ist nicht frei, und dementsprechend ist Prometheus der einzig Freie der beiden. Und wir sehen hier nur einen strampelnden, impotenten Zeus, der seine Omnipotenz eingebüßt hat. Es stellt sich aber schon die Frage, was eigentlich Prometheus' Motive sind. Und ist Prometheus tatsächlich schuldig? Nicht im Sinne der merkwürdigen Kategorien von Zeus, die ja tyrannisch sind, aber was für Motive hat er? Schmiedet er Allianzen gegen die Olympischen Götter? Will er die Menschen gewinnen? Das wissen wir alles nicht, aber wir können gewisse Sachen feststellen und mit gewisser Skepsis gegenüber Prometheus fällt uns auf, Prometheus ist nicht unschuldig, nur weil Zeus ein Tyrann ist. Man denkt ja schnell, oh, der Prometheus, der wird unterdrückt und deswegen bin ich auf Seite des Underdogs, auf Seiten des Prometheus. Aber da muss man sehr aufpassen. Er ist auch nicht unschuldig, nur weil er gefesselt und gefoltert wird. Es ist sogar möglich, dass der Bericht, also die Tragödie, selbst Prometheus-Propaganda gegen Zeus ist. Denn Prometheus ist auf jeden Fall ein Populist, weil er sich rühmt, dem Volk Geschenke zu geben. Er sagt, ohne mich wäre der Mensch gar kein Mensch, der wird leben wie ein Vieh. Und das ist definitiv das Vokabular eines Tyrannen. So, und das war's für die zweite Folge von Literatur. Und ich hoffe, ich konnte darlegen, dass auch die Antike viel Zeitloses zu bieten hat. Damit bedanke ich mich und ciao, ciao.